Moin sind's, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Ring Force! Zusammen mit dem Unhorrorrush gegen X-Pro, Like, Z und Krieger 2. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du etwas sagen hättest, hätten müssen. Das wäre der Moment gewesen, wo du etwas sagen, ach scheiße. Sagen hättest können. Oh Mann. Alter, das ist der Hammer, wie schlecht meine Deutsche. Ey, ich seh nix. Ich weiß. Boah, ich hab mich voll geflasht, ey. Ich sag nix, du siehst nix. Boah, Junge. Hast du Radar? Im Prinzip sind wir in einer Sekunde. Gerade rechts durch. Die kommen jetzt, oder zumindest steht der eine jetzt hier links. Digga, tu Hälfte. Ja, der hat weniger. Digga, tu keine Rüstung, oder? Oh mein Gott, Alter. Lol, wo ist der? Am Spawn. Alter, wo war der denn? Der war hinter dir, der stand da an den Ecken. Ja, ohne Spaß, ich guck so, so, so richtig. Ja, ich hab's gesehen und dann hast du dich hier so gedreht. Ich hab, ey, ich hab wie so ne Ballerina-Pioretten gedreht, ey. Das war voll heftig. Spielst du eigentlich die höchste Auflösung, die du spielst? Ja, natürlich. Oder ne, da runter? Ach, als ob ich, als ob ich irgendetwas niedriger anstocken würde als Full HD. Nee, ich hatte nix mehr, der kommt durch. Kriegst du ein? Okay, äh, Krieger-Tum hat keine Rüstung. Ich hab nur den 50er bekommen. Alter, als ob ich irgendetwas anderes spielen würde als 1029 mal 1080. Das wäre doch augenkrebserregend, Alter. Die Auflösung kann ich auch spielen, aber das ist nicht die unterste. Also die höchste, praktisch die höchste bei mir. Was kannst denn du spielen als höchstes? Das, praktisch das unterste bei mir ist 1600 mal 900. Also im Grunde das Größte. Was hast du für einen Monitor? Ja, ein 16 zu 9. Okay. Also 1600. Einer ist dir alleine. Ah ja, ich weiß. Der andere war zum Hintergrund. Ich hab den einen. Komm, wir rushen die. Oh nein. Okay, das war jetzt ein bisschen schlecht. Egal, der hat kein Premium. Ich hätte ihn jetzt fast getrollt. So, dieses 202 läuft gar nicht nach meinem Geschmack. Du hast nicht zu viel Spor. Aber 1000, was hast du gesagt? 1000? 1000, 120 mal 1080 ist meine Auflösung. Die höchste, die ich halt zocken kann. So, X-Pro hat nix mehr. Der hat kein Prämie. Ich komm, ich komm. Glaube ich. Hilfe, ich werde jetzt sterben. Ich werde jetzt auch sterben. Ja, ich hab ein bisschen... Ja, Krieger 2 kein Prämie. Ich hatte halt nix mehr, weil sie beide aufsteht sind. Ich hab ein bisschen Waffenfail gehabt. Ich hab zuerst die 3 gezogen und dann die 1. Oh, da kommt ja mal die KD von X-Pro an und von Krieger 2. Ja, der ist halt Bro-Light. Ah, Krieger kein Prämie mehr. Ich hab den wirklich mit meinem letzten Schuss auf Prämie gezogen. Oh mein Gott. Boah, der so... Ne, der hatte... Ne, der hatte noch Prämie. Ja, aber alles so. Also ich hab noch Prämie. X-Pro Hälfte. Jetzt hat er auf jeden Fall... Ich glaub, die rushen, oder? Ach, halt so. Alter! Zwei Sekunden, kann ich wieder mitmachen. Ich treff ihn da einfach nicht. Leut. Aber ich hab den. Ich hab den. Nein, scheiße. Aber ich hab da die Hälfte von deinem Squad, das ist ein bisschen peinlich. Ja, ich hab jetzt 2-3 rumgespielt. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Nee, durchkommt, tun sie nicht. Ja. Ja. Leute, ich hab den weg. Komm, wir gehen hier weg, oder? Wir sind hier auf dem. Lass verschieben. Ja, wo geben wir hin? Ich weiß es nicht. Hallo. Kommst, glaub ich, nicht mal durch, oder? Oh, ich kann nicht langgehen. Ja, kommst du dann ganz kurz, ja, ich bin durch. Okay, warte, komm. Lass mich hier so oben dann nicht nach. Ja, warum auch. Nee, jetzt geht sie zurück zur Base. Wir sind jetzt hier so. Sag mal, ich hab den Radam, ja. Okay, warte, ich setz einen, im Zweifel. Ja, die sind am Spawn, sind da hinten noch bei dem, nee, die kommen hier. Ja, ich seh jetzt Krieger Hälfte. Oh Gott, ich hab den drin. Der hat kein Prämier mehr, glaub ich. Ja, der hat nix mehr. Also Krieger dürftest du noch kriegen, aber Pro kommt vor, pass auf. Oh, ne, ja, der kam nicht, aber Pro-Like hat keine Rüstung mehr. Ja, egal, egal. Weißt du, wir können ja mal einen Trick machen, komm mal mit, falls ihr dahinten kann kommen. Zauberst du jetzt, oder was? Aber ich weiß, welch du meins, ja. Aber dazu hast du nicht das passende, das nicht unpassende Outfit dazu an, weil früher ging das nur mit dem. Ach, ne, Quatsch, wir haben ja noch die Kiste, sonst hätte ich jetzt Jump-Bug gemacht. Du darfst doch keine Bugs im LP machen. Ach, scheiß drauf, ich bin doch schon... Ja, warte, jetzt sind die hier unten. Ich hab auch schon im LP den Zombie-Bug gemacht. Die sind unter uns. Warte mal, lass ich mich mal hoch. Ja. Komm mal hoch. Pass auf, die Hardscope, das stimmt. Oh, oh Gott, alter. Also, du bist ja mal einfach nur umgefallen. Alter. Das war jetzt hart, du bist einfach nur umgefallen. Ja, kommst du da oben runter, das war ein bisschen blöd. Leuchte, ich hab sechs Tote. Na gut, ich hab drei. Aber dafür auch nur die Hälfte von deinem Scrollen, das passt so, das passt. Nice, wo ist jetzt andere? Wenn ich jetzt wegkomme... Okay, gut. Die Respawn-Zeiten in Brickfaust sind zu gering, das ist richtig krass. Ähm, ich hab noch 65 Flüssungen. Pass auf, der eine ist hier rechts. Nein! Oh Gott, alter. Also an der Stelle sind die Gane. Ich hab kein Planning. Also ich geh jetzt mal, weil es da nett bin. Ich warte einfach bis zu mir durchkommen und schieß vonlaufen. Ich brauch da nicht mehr hinzugehen. Gegen solche, gegen so Glitch-Duelle verkack ich eigentlich immer. Okay, ich hab den Hälfte ziehen können. Ich hab den bisher noch keinen einzigen Schuss abgesetzt, den Bro. Das ist das, das ist dieser Scheiß, den ich auch gestern mit dir und M8 hatte. Bevor ich die Gegner sehe, sehen sie mich und ich kassier einfach. Ich kann das einfach nicht. Ich hab den, bevor ich dem auch noch einen Hit gegeben hab, jetzt schon keine Rüstung mehr. So, jetzt hab ich dir mal drei Hits gegeben. Okay. Krieger hab ich. Oh. Gott. Nein. Ja, da hast du ja noch gefehlt. Das war fail. Egal. Wir führen. Ich komme. Ja, da, lol. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir ja mal einen. Wo wollen wir hin? Lass mal zu B gehen. Vielleicht sind die da nicht so gut. Aber an der Stelle sind die echt nicht schlecht, muss man sagen. Ach, was soll das heißen? Nicht schlecht, wenn ich mal glitchen könnte, wäre ich auch mal um einiges besseres Problem. Ich hab mir gerade meine ganzen Clip-Skills aufgepackt. Wenn ich hier bin, ja, bevor ich die mit dem Fahren kurz auch noch sehen kann, kassier ich schon. Ja, das ist... Okay, die sind jetzt bei A. Ich geh mal hier oben hin. Hallo. Man kann's auch einfach machen. Run, Forrest, run. Was, wo sind die? Die sind bei der lang, bei der lang. Und da ist gleich meine Facecam umgekippt. Nein! Nein! Lass mich! Boah, der ist noch verschreckt. Boah, ich hab dem noch was gezogen. Meine Facecam ist einfach umgekippt, ey. Weißt du, da schreibt ihr das genau in dem Moment krieg ich die Witz ab, ey. Ach so, die Facecam? Dann killen die, hauen ab und dann... Wo sind die? Jetzt genau. Jetzt sind die rechts, rechts davon, oder? Die rennen weg. Die rennen weg. Ganz hinten. Der hat schon nichts mehr. Trigger 2 auch wieder einiges weg. Ja, Dings hab ich noch relativ viel gezogen. Ja, beide haben nicht mehr viel. Warte, die sind da links. Trigger 2, Hälfte. Wir müssen jetzt gleich durch. Warte, warte, warte. Chill. Oh, fuck. Die werden sich gleich verpissen. Browlight hat kein Premium mehr. Trigger 2, äh, kein Rüst. Als würde der an dieser Stelle an mich rankommen. Nice, Junge, das haben wir. Das ist in Sack und Tüten, dank mir. Alter, der hat... Browlight hat gerade echt gedacht, der könnte an der Stelle gegen mich klitschen. Na gut, Leute. Also, das war's schon mal von uns. Die kommen noch mal durch, die kommen noch mal durch, die kommen noch mal durch. Oh, fuck. Komm, die haben wir noch. Nenn, nicht mit dem Schiff. Oh, 15 AP. Jawohl. So, Leute, das war's von uns. Wir sehen uns dann jetzt gleich beim Review wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Alter. Ciao.